So, achso. Hi! Ja, ich bin heute beim Hanno. Wir sind hier. Und heute leider kein Gameplay, aber ich dachte, wir nutzen mal die Chance. Wir haben uns heute extra schick gemacht. Warum denn? Warum? Wir haben gerade, ich schwitze auch ein bisschen, wir haben gerade... Ich sehe komplett durch auf beide Halsen. Gerade aus einer Aufnahme haben wir WWE kommentiert, aber nicht mit den Wrestlern aus dem Spiel, sondern mit anderen Interpreten, sag ich jetzt mal, aus der deutschen Szene. Es kommt jetzt auch diese Woche das Video, glaube ich, bei dir. Mega geil, mega geil. Die Leute fragen ja immer, ob wir mal wieder was machen. Haben wir ja geil, genau. So, jetzt haben wir gerade was aufgenommen. Und wir machen ja auch noch was im April. Spiel mal Perfekt extra. Genau, aber da kriegt keiner was von mit, glaube ich. Nö, aber machen wir was. Genau. Die Leute fragen auch immer, ob wir noch befreundet sind. Ja. Siehste, dann wirst du es jetzt auch mal. Ich hab so eine krasse Welle von diesem Hitze. Ja, ja, das ist ja irgendwie... Das ist ja der Hammer. Ja, wir hatten so Kommentatoren-Mikrofone. Ich mach jetzt nur mal auf mich kurz. Ich kann auch dich noch mal zeigen. Genau. Wir hatten so Kommentatoren... Warte mal, ich setz dich einfach... Kommentatoren-Mikrofone auf, ne? Ich sehe auch wie so ein Fanny, der mal eben hier so... Ja, wir beide. Ja. Jetzt ein schönes Herkel. Herkel gibt dir Stärke. Richtig. Ja, das war's auch schon. Das ist ja geiler Content. Naja, es wird besser geklickt als bei Gameplay. Pass mal auf. Ja, wahrscheinlich. Machst du ein Short oder so? Ne, so. Eine Sache noch. Ihr könnt euch euch mal die anderen Videos angucken. Ich zock da ja ganz gerne. Wollen wir noch eine Ansage machen? Dann kannst du es in den Titel schreiben. Ja, wen wollen wir dissen? Weiß nicht, wen willst du dissen? Äh, Ansage an... Kevin? Kevin. Kevin Westphal. Ähm, du lädst mich gar nicht mehr zu Magic-Spielen ein. Das finde ich scheiße. Du hast nur noch deinen scheiß Eintracht im Kopf. Die haben jetzt eh verloren. Wollte ich dich jetzt nicht mitdessen, ne? Ja, bei ihm. Ja. Scheiße. Ja, gut. Auf jeden Fall. Äh, liked das Video. Guckt auch mal die anderen Sachen. Und das Video mit Henno kommt Sonntag bei ihm. Auf dem Hauptdieb, ne? Hauptkanal. Hand-Off-Blatt heißt der Kanal. Wie die blutige Hand. Ja, tschüss.